Ich denke, ich habe es oft genug angesprochen und die meisten von euch wissen es ja, am morgigen Tag ist es endlich soweit, am 27.03.2024 wird AFK Journey global released. Ich habe ja bereits vor zwei Tagen schon meinen Anfängerguide auf meinem Kanal hochgeladen, dort habe ich euch unter anderem auch versprochen, dass ich noch vor Release, also heute am 26.03. nochmal ein Video hochladen werde, zu den besten Helden in AFK Journey. Ich habe tatsächlich auch wirklich eine relativ gute Tierlist gefunden, wo man die Helden in den einzelnen Modis vergleichen kann, das heißt PvP, Dream Realm, also die ganzen verschiedenen Bosse und Story, also auch im Mid, im Early oder im Late Game kann man diese vergleichen. Finde ich auf jeden Fall ganz geil, lasst gerne ein kostenloses Abo da, um keine weiteren AFK Journey Videos zu verpassen und falls noch ein bisschen Starterhilfe braucht, checkt natürlich auch gerne noch das Anfängerguide Video ab und ansonsten würde ich sagen, switchen wir die Szene und legen los mit den besten Helden. Ja und hier sind wir auch schon, hier haben wir die Tierlist auf der Seite prideven.gg, ich kann euch den Link zu dieser Tierlist natürlich auch gerne nochmal in die Videobeschreibung unten reinpacken. Was ich an der Tierlist sehr, sehr cool finde, ist, dass wir hier verschiedene Punkte haben, wo wir die Helden vergleichen können und zwar haben wir hier zum Beispiel einmal den Punkt Story, wo wir uns anschauen können, welcher Held im Early Game am besten ist, im Mid Game, im Late Game und so weiter, das finde ich schon mal sehr, sehr cool. Unter anderem haben wir aber auch noch die vier Bosse, die wir aktuell in AFK Journey haben, wo wir uns auch anschauen können, welcher Held ist bei den einzelnen Bossen der beste, was ich auf jeden Fall auch sehr, sehr cool finde. Und dann haben wir tatsächlich auch noch den PvP Modus, den gibt es ja auch in AFK Journey, auch das Ganze können wir anklicken und auch dort können wir uns anschauen, welcher Held oder welche Helden dann unter anderem im PvP Modus dort die besten sind. Ich würde sagen, wir gehen jetzt aber erstmal auf den Punkt Story, aufs Early Game, denn ich denke mal, das ist das, was die meisten von euch interessiert, ja, wenn sie AFK Journey beginnen. Natürlich beginnt man dann mit der Story und befindet sich im Early Game und hier haben wir tatsächlich auch schon mal die ersten zwei Helden, von denen ich auch im Anfängerguide geschwärmt habe. Und zwar haben wir die gute Vala, Vayla und die gute Cecia, beides Top-Helden und bei Cecia, da könnt ihr sehen, sie ist nicht nur im Early Game ein S-Plus-Held, sondern sie ist auch im Mid Game und im Late Game der Story auch jeweils ein S-Plus-Held. Und allgemein im Dream Realm bei Vayla und bei Cecia könnt ihr sehen, dass sie beide auch jeweils die A-Stufe haben, außer bei Vayla bei diesem Necro-Drakon, da hat sie nochmal die Stufe S und auch im PvP ist Cecia tatsächlich auch ein ganz guter Held. Da muss sie zwar zur Ulti kommen wegen der Crowd-Control und dem Damage, aber allgemein auf jeden Fall wirklich ein Top-Held. Dann haben wir bei den nächsten beiden Positionen beides Supporter und da habe ich bei einigen vielleicht auch schon mal direkt die Antwort auf eine Frage, die sie sich stellen. Bei mir war es persönlich auch so und zwar, welchen himmlischen oder welchen Unterweltler-Helden sollte ich zuerst im Sterndeutungsraum ziehen oder im Shop kaufen? Und hier haben wir auch schon die Antwort, es ist dieser Rainer oder Rainier, keine Ahnung wie man den ausspricht und da können wir sehen, dass der in der Story sowohl im Early Mid, aber auch im Late Game überall ein S-Plus-Ranking hat und das bezieht sich nicht nur auf die Story, das bezieht sich auch im Dream Realm und auch im PvP. Also in jedem Modus hat er das S-Plus-Ranking, was ihn wirklich zu einem sehr, sehr starken Helden macht. Dann kommen wir zu dem ersten Tank-Helden aus AFK Journey, da haben wir den guten Thoran, habe ich ja auch schon einen Amfänger-Guide so ein bisschen von geschwärmt. In der Story könnt ihr sehen, sehr, sehr geiler Held überall S-Plus, aber auch im Dream Realm macht er einen guten Damage, da er halt eben ein sehr, sehr stabiler Tank ist und das Ganze zieht sich auch aufs PvP weiter. Auch hier hat er nochmal ein S-Plus-Ranking, was er sich auf jeden Fall absolut verdient hat. Dann machen wir weiter mit dem Rowan, kennen wir aus AFK Arena, natürlich genauso wie den guten Thoran. Im Early Game und im Mid Game der Story ein S-Plus-Ranking, im Late Game nicht mehr ganz so stark, hat natürlich trotzdem immer noch ein S-Ranking. Ist, würde ich sagen, einfach ein guter Allrounder, genauso wie ein AFK Arena. Was jetzt die Bosse betrifft, hat er in Anführungsstrichen nur ein A-Ranking, aber wenn wir uns den PvP-Modus anschauen, wieder ein S-Plus. Also, Rowan kann sich auf jeden Fall auch sehr sehen lassen. Dann haben wir zwei Lichtträger-Helden mit Vaylin und Corrin. Ja, sind jetzt nicht die allerbesten Helden, wenn man es so sieht, vor allem bei Vaylin im Dream Realm lohnt sich das nicht so, im PvP auch nicht. Im Early Game der Story ist er noch ganz gut dabei, aber mit der Zeit lässt er auf jeden Fall immer mehr nach. Aber Corrin, da können wir sehen, im Dream Realm überall S-Plus, also auf jeden Fall wirklich ein sehr, sehr starker Held. Ja, und von den zwei Lichtträger-Helden gehen wir weiter zu den nächsten beiden Wildvolk-Helden, zu Lyka und zu Brian. Auch beides gute Helden, Brian auch in der Story sehr gut, überall mit einem S-Ranking. Lyka ist auf jeden Fall auch einigermaßen gut dabei im Dream Realm. Beide jetzt nicht so krass überragend, haben aber trotzdem noch ein A-Ranking, genau dasselbe bei denen auch im PvP. Okay, dann kommen wir zu den nächsten beiden Reißer-Helden und hier haben wir den guten Brutus und Smokey und Murky. Smokey und Murky, ja, finde ich persönlich irgendwie der beste Support. Diese Heaven oder wie man die ausspricht auf Platz 3 ist natürlich in der Story auch sehr, sehr gut. Aber ich finde Smokey und Murky, so wie es hier auch in der Tierlist steht im Dream Realm, wirklich ein super Job. S-Plus-Ranking haben sie sich verdient. Also, falls ihr auf jeden Fall auf die Bosse geht und allgemein auch in der Story ist es jetzt auch nicht ganz so schlecht. Smokey und Murky auf jeden Fall ein Top-Pick, auf jeden Fall auch für die Wunschliste. Ansonsten haben wir noch Viperion in der Story, auf jeden Fall auch mit einem S-Ranking ganz gut dabei. Im Dream Realm, ja, lässt er dann auf jeden Fall ein bisschen nach, aber im PvP-Modus kommt er wieder mit einem S-Ranking, was ihn, ja, overall auf jeden Fall zu einem relativ guten Helden macht. Dann kommen wir zum Wildvollkelden, zu der guten Granny. In der Story ist sie auf jeden Fall ganz gut dabei, aber dasselbe wie bei Viperion im Dream Realm lässt sie nach, aber im PvP-Modus ist sie auf jeden Fall auch wieder gut dabei. Dann kommen wir zu dem guten Odi oder Eddie, so hieß er ja eigentlich ursprünglich mal in diesem Spiel. In der Story ist er auf jeden Fall top, vor allem im Mid- und im Late-Game und auch im Dream Realm macht er wirklich einen sehr, sehr guten Job und vor allem auch im PvP-Modus, das heißt, falls ihr ein bisschen mehr auf PvP geht, Odi da auf jeden Fall auch ein sehr, sehr stabiler Held. Das würde ich sagen, sind so die Top-Helden in AFK Journey. Wir können natürlich noch ein bisschen weiter runter scrollen. Da sehen wir halt jetzt Helden, die nicht ganz so gut dabei sind. Ja, wir haben hier oben oder beziehungsweise hier unten noch so einen Iron, der in der Story im Late-Game noch einen S-Plus hat oder im PvP zum Beispiel auch noch einen S-Plus hat. Kruger packe ich auf jeden Fall auch sehr gerne in die Wunschliste, vor allem wenn man sich aufs Dream Realm konzentriert. Ihr könnt jetzt sehen, S+, S+, und ein S-Ranking. Also Story eher nicht so seins, PvP auch nicht so seins, aber was die Bosse betrifft, ist er auf jeden Fall auch sehr, sehr gut dabei. Solltet ihr euch darauf konzentrieren, könnt ihr Kruger auf jeden Fall auch mitnehmen. Ja, ansonsten haben wir noch Carolina in der Story. Jetzt nicht ganz so überragend, vor allem nicht im Early-Game, im Mid- und im Late-Game wird sie jeweils immer stärker. Bei den Bossen ist sie jetzt auch nicht so gut dabei, aber im PvP-Modus lässt sie sich auch blicken. Damien, falls ihr euch für den PvP-Modus konzentrieren wollt, hat er hier auf jeden Fall auch nochmal einen S-Plus. Kann man auf jeden Fall auch nehmen. Arden mit seiner Ulti haut auf jeden Fall auch einiges an Damage raus. Kann man auch überlegen, falls man für PvP gehen will, den auch nochmal hochzuleveln. Eben als A-Level-Hero. Ansonsten haben wir noch, ja, Burial oder wie man sie ausspricht. Ja, überragt jetzt nicht ganz so krass, wenn man sich das jetzt überall anschaut. Also mal ein B dabei, ab und an mal ein A. Im PvP hat sie dann ein S-Ranking, aber ich sag mal so, wenn man sich schon auf himmlische oder Unterwälderhelden konzentriert, kann man, denke ich, im Allgemeinen sagen, dass man sich auf diesen Rhyneer oder wie auch immer man den ausspricht konzentrieren sollte. Da kann man sie dann auf jeden Fall vernachlässigen. Also ich kann auf jeden Fall sagen, ich finde die Tierlist mega. Man kann natürlich immer so ein bisschen über die ganzen einzelnen verschiedenen Rankings streiten, aber ich würde sagen, dass ich mich dem soweit erstmal anschließen kann. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig jetzt zu entscheiden, okay, welchen Helden packe ich jetzt in die Wunschliste? Solltet ihr euch eher auf die Story konzentrieren, kann ich euch natürlich jetzt die Helden empfehlen, die hier oben dabei sind. Wenn ihr euch jetzt eher auf den Dream Realm, also auf die Bosse konzentrieren wollt, dann, ne, ich klicke das Ganze jetzt hier nochmal für euch durch, könnt ihr aber natürlich auch gerne nochmal selber machen. Wie gesagt, ich habe euch den Link unten in die Videobeschreibung gepackt. Dann geht halt eben auf die Helden. Oder wenn ihr euch wirklich full auf PvP konzentrieren wollt, dann klickt ihr hier einfach den PvP-Reiter an und dann könnt ihr sehen, welche Helden am besten fürs PvP geeignet sind. Ihr könnt natürlich auch rein theoretisch, wenn ihr jetzt auf die Story geht, aufs Early Game gehen, gucken, ach, welchen A-Level Hero gibt es. Dann geht ihr einfach zum Beispiel auf die Graveborns, auf die Lichtträgerhelden oder auf die Reißer, was auch immer und könnt euch da dann natürlich auch nochmal entscheiden. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Tierlist. Ich hoffe, dass ich euch damit so ein bisschen weiterhelfen konnte. AFK Journey beginnt bald. Ich werde natürlich dann auch mit den Videos loslegen, wo ich euch ein bisschen in der Story begleiten werde. Ob ich mir da jetzt die ganzen Cutscenes und sowas reinziehen werde, weiß ich nicht. Da ich das dann in dem Fall schon zum dritten Mal machen würde, muss ich mal schauen. Wir sehen uns aber auf jeden Fall zu weiteren AFK Journey Videos. Lasst gerne ein Abo da, macht's gut und ciao.